Ich heiße Sabine Arnold, bin Schauspielerin und seit einigen Jahren synchronisiere ich unter anderem die Mutter von Sheldon in The Big Man's Salary, Lisa Edelstein in Dr. House, ab und zu jetzt auch die Andy McDowell, dann die Luise, Louis Dreyfus in Weep. Ich weiß nicht, ich helfe mir doch. Nein, ich weiß es nicht. Bitte, bitte. Fass mich nicht an, bitte. Hör auf. Wie bist du zum Synchron gekommen? Also wie ich zum Synchron gekommen bin, also ich habe ja vier Jahre studiert in der Leipzig an der Schauspielschule und dann war ich in Magdeburg am Theater und irgendwie hat mich das ja immer mal interessiert. Und dann hatte ich mich dann in Johannestal draußen beworben, dass ich da Interesse hatte, mal zu synchronisieren. Und damals musste man so eine Art wie eine Bewerbung machen. Ein Bobby musste gemacht werden. Da ich aber in Magdeburg am Theater war, war das immer so ein bisschen schwierig, da mal einen Termin zu finden. Und dann sage ich, ey, ich bin sowieso hauptsächlich jetzt in letzter Zeit an Berlin. So, und dann wurde ich dann mal eingeladen, aber dann war ja auch schon gleich wieder die Wende. Und ich war dann trotzdem am Theater, hatte eigentlich gar keine Zeit. Also so peu à peu habe ich es dann immer mal versucht und bin dann seit ich freischaffend bin, ich glaube seit 96, 97, mache ich das dann. Erinnerst du dich an deine erste größere Rolle? Ja, das war also relativ knapp, nachdem ich anfing, hatte ich einer Aufnahmelatterin zu verdanken bei Andreas Pollack. Ein Zwilling kommt selten allein, war ein Kinofilm. Das fällt mir jetzt so gerade ein. Zufall. Einfach Zufall. Ich weiß auch gar nicht, ob es da noch ein Casting gab. Also das war ja dann in Hamburg. Kann sein, dass es ein Casting war, das weiß ich nicht mehr. Also so, ja, Zufall. Hast du in der Serie viel über Medizin gelernt? Nee, ich habe eigentlich immer Olle Klebsch bewundert, dass er diese ganzen Namen so fließend aussprechen konnte, wenn ich das mal so hatte. Ich hatte ja glücklicherweise nicht so viele medizinische Begriffe zu sprechen. Stolperte ich ja immer schon. Aber ich glaube, Männer sind da viel, gehen da viel leichter darüber hinweg als die Frauen. Ich glaube, die nehmen das manchmal ein bisschen zu ernst und zu genau und dadurch blockieren wir uns. Also ich spreche jetzt so ein bisschen für die Allgemeinheit meiner, der Frauen, keine Ahnung. Also ja, also ich habe nicht die Ruspe, glaube ich immer. Was glaubst du, warum Dr. Haus so erfolgreich war? Das weiß ich nicht, weil ich habe ja nicht alle Arztserien je so verfolgt. Und vielleicht hatte sie mehr Humor. Ich glaube einfach, dass der Schauspieler sehr gut ist. Und das denke ich schon, na klar, es kreiste sich ja eigentlich immer um den Dr. Haus hauptsächlich herum. Also ich denke, so das ist es vielleicht gewesen. Und was ich manchmal gehört habe, dass ja wahrscheinlich auch irgendwelche Tipps weitergegeben wurden, die dann in irgendwie einer Form manchmal gar nicht so dahergeholt waren. Die Lösungen der Probleme, denke ich, weiß es nicht. Du bist auch die Stimme von Daisy Duck. Wie spricht man die bekannteste Entendame von Entenhausen? Kann ich nicht. Also da brauche ich wirklich eine Vorlage. Sie ist, ich sage immer, sie ist einfach nur blond. Ein bisschen vornehm, blond. Und ja, mehr ist es eigentlich nicht. Was passiert da bei dir? Ich werde ein bisschen heller in der Stimme und versuche einfach ein bisschen vornehmer zu sein. Oh Gott. Also ja. Du warst durch Dr. Haus und 30 Rocks in zwei Erfolgsserien die Synchronpartnerin von K.Dieter Klebsch. Standet ihr oft zusammen im Studio? Na, das war ja, gerade bei 30 Rock haben wir sogar noch am Anfang miteinander vor dem Mikro gestanden. Aber das ging dann wirklich nicht. Da wurden wir dann geäxt, weil das so viele Überlappungen, also das musste dann gemacht werden. Aber wir haben Theater zusammengespielt, also. Erzähl mal von der Zeit. Ach, sehr humorvoll. Wir haben nicht so viel. Ich bin ja eigentlich so in der Wendephase so dazugekommen. Ich war so 89, 90, wechselte ich von Magdor nach Potsdam ans Theater. Und ja, wir haben zusammen Richard III. gemacht. Und seine Frau spielte da die Hauptrolle. Tolle Schauspielerin, die Eva Weißenborn. Ja, er war ja schon gestandener. Also ich bin ja da, er machte das ja schon, oder macht es überhaupt schon ziemlich lange mit seinem Humor. Und ist ein toller Kollege. Also ich finde ihn auch so, dass als ich anfing, weil er auch dann so Hilfe angeboten hat, so mit mir durch die Studis zu fahren, was ich dann nicht mehr brauchte. Aber so einfach, ja, ein netter und ein angenehmer Kollege. Gab es noch andere Kollegen, von denen du im Synchron gelernt hast? Ja, also einfach so mal darauf hinzuweisen, wenn die so zum Teil aus dem Off kamen, sich die Timecodes zu merken. Ich weiß jetzt nicht, wer das war, mir diesen Tipp gab. Und dann, klar, war ja auch noch die Zeit, wo man eben miteinander vor dem Mikro stand. Und ja, ich habe dann schon immer gerne zugeguckt, wie die das machen. Vor allen Dingen so einen langen Riemen zu sprechen und so zu spielen eben. Ja, das, also ich kann dir keine Namen nennen. Passe ich nicht mehr. Thema Xen. Für dich ein Vor- oder Nachteil? Na gut, ich bin Schauspielerin. Also ich finde es schon besser, und weil ich es schon auch finde, wie schon manche andere Kollegen das sagen, dass man es merkt. Klar, die Technik ist da, und das macht es alles schneller. Aber ich finde schon, dass man das hört, dass man nicht miteinander in diesem Fall spricht. Das finde ich schon, dass man das hört. Leidest du mit deinen Rollen mit? Naja, um die Gefühle, wir haben nicht so viel Zeit. Also das, was die Schauspieler haben, wie sie eine Figur entwickeln, wir haben ja gar nicht die viele Zeit dafür. Die muss man sich übrigens nehmen, und die kann man sich nehmen, davon mal abgesehen. Aber wie soll ich ein Gefühl herstellen? Also dann eben, wie gesagt, ja, da kitsche ich mich rein. Also das muss ich schon, damit es einfach ehrlich ist, glaubhaft ist. Welche Arbeit hat dich besonders emotional gefordert? Ja, also das war eine Serie mit der Helen Mirren. Und das war eine Frau, die aus Ex-Syluslawien kam und ein Opfer eigentlich, ja, in diesem Krieg. Und sie schilderte das dann. Sie ist mit ihrer Tochter, Quatsch, mit ihrer Schwester gemeinsam nach England. Und die Schwester wurde tot aufgefunden. Und dann hat sie einen dieser Mörder erkannt, die da in England ein gutes Leben führten. Und das war schon sehr emotional. Denkt man das dann an der Studietür ab oder nimmst du das mit raus? Du, das ist wie am Theater. Also wenn ich dann auch in einer Gasse nicht mehr ansprechbar bin oder auf der Szene, finde ich es schon ein bisschen problematisch. Das ist vielleicht die Kunst des Schauspielers. Nein, ich habe es nicht mit nach Hause genommen, nee. Du spielst die Mutter von Sheldon Cooper und die Ehefrau von Larry David in Lass is Larry. Wie synchronisiert man am besten Sitcoms? Das hat immer was mit der Vorlage zu tun. Also und die ist klasse, diese Laurie Metcalf oder wie die ausgesprochen wird, die ist klasse. Und sowas mache ich übrigens sehr gerne. Also die so ein bisschen schräg sind, ja, das gefällt mir, ja. Ich mache nur das, was sie, versuche das nachzuspielen. Also na klar, mit der deutschen Stimme und so weiter. Nee, das ist einfach die Vorlage. Ja, das mit Lass is Larry, das ist ja schon ewig lange her. Das war ja noch ein bisschen schwieriger, weil das ja so improvisiert war. Nee, aber das hier bei The Big Bang, nee. Und das Witzige ist, jetzt gibt es ja Young Sheldon und da spreche ich ja auch die Mutter. Und diese Schauspielerin ist ja auch die Tochter von der Laurie Metcalf. Was reizt dich am Hörbuch sprechen? Ich lese gerne. Und das finde ich schon schön, so Geschichten, also einfach zu lesen, zu erzählen. Das ist das, ich mache das einfach sehr gerne. Du sprichst auch viele Dokumentationen und Werbespots. Wie unterscheidet sich diese Arbeit vom Synchron? Ich weiß nicht, als ich so mit anfing, da musste man lernen, also zurückzunehmen, eben nicht zu spielen. Glaubt, das kriege ich irgendwie mit der Zeit ganz gut jetzt schon hin. Und ich hatte in Stuttgart ja mal angefangen dann beim Sender, weil ich so viel Zeit hatte. Ich hatte da zwei Stück Verträge und hatte einfach Zeit. Dann bin ich dann mal zum SWR oder SDR, ich weiß nicht, wie das ich damals nannte, hingegangen und das ist eigentlich so, diese Sachlichkeit so darüber zu bringen. Das ist was Schönes, das entspannt mich auch mal wieder. Und manchmal einfach vor allen Dingen, weil es gute Themen sind, über die dann gesprochen wird. Bei den Kommentaren oder das, was ich beim Rundfunk dann so mache. Wie hat sich dein Berufsfeld in den letzten Jahren entwickelt? Ja, Schauspiel, also Sprichtheater ist leider eigentlich so gut wie gar nicht mehr. Würdest du das gerne noch machen? Ja und nein. Also ich hätte nie gedacht, dass ich eines Tages sein sagen könnte, ich bin froh, dass ich nicht mehr fest im Ensemble bin. Ähm, aber ich spiele schon gerne Theater, eigentlich schon, ja. Was reizt dich am Theaterschauspiel? Ja, einmal, dass man natürlich das entwickeln kann und so Figuren entstehen lassen zu können, sie eigentlich so zu gebären. Und das ist schon das Schöne, das ist so ein Geheimnis, so, das ist so, was ich toll finde. Ein bisheriger Höhepunkt deiner Karriere? Ui. Habe ich schon mal, ach doch, naja, Höhepunkt, nein. Ja gut, ich hatte mal den Synchronpreis bekommen, aber das hat nichts zu sagen. Erzähl mal. Und da kann ich nichts weiter erzählen. Für was? Das war ein Film, das nannte sich Die Unbekannte, ich glaube von den Tornatore war das. Und sie, die Schauspielerin, ich glaube, ich weiß nicht mehr, wie sie hieß, ah doch, Xenia Rapaport hieß sie. Und da waren ja auch so Geschichten, also es so glaubhaft rüberzubringen. Das war, glaube ich, eine Geschichte einer aus Ukraine kommenden Frau, die in Italien bei einer Familie dann so auf die Tochter aufpasste. Und sie wurde, wenn ich mich so recht erinnere, von der Ukraine nach Italien gelockt und wurde dann eigentlich auf den Strich geschickt. Und sie hatte sich in einen Mann verliebt, wurde schwanger und dieses Kind glaubte sie in dieser Tochter, in der Familie, wo sie dann arbeitete, wiederzuerkennen. Was aber nicht wahr. Also dafür hatte ich damals den Synchronpreis bekommen. Eine witzige Anekdote zum Schluss. Habe ich keine. Ich kann nur vom Theaterphase erzählen, aber nein, es gibt immer, wenn ich zum Beispiel Thorsten Michaelis treffe, wir haben auch zusammen Theater gespielt, gibt es immer eine Szene, die wir gerne erzählen. Und das war ein Stück von Watzla Fawel, so ein Einakter. Wir spielten das so auf ebener Fläche, also nicht auf der Bühne, auf einer Probebühne. Die Soufflösin saß in der ersten Reihe. Und manche Texte ähnelten sich. Und wir saßen so nebeneinander, hier war so ein Tisch. Und es war schon in den Proben, ich musste immer über meinen Satz lachen. Und ich weiß eigentlich nicht warum, weil er ist wirklich harmlos. Das hieß immer, sollen wir Ferdinand nicht unseren kleinen Peter zeigen? Und ich musste jedes Mal brach ich vor Lachen zusammen. Peter war wirklich der Sohn. Und in einer Vorstellung, also es war dann auch schon so immer so, er wusste, dass ich darüber lache. Und er beugte sich immer so vor und suchte meinen Blick. Und ich dachte immer, du Arsch, du weißt genau, ich fange an zu grinsen. So, das ging ja dann immer gut noch über die Bühne. Aber da hatte ich dann mal einen Texthänger. Wie gesagt, die Texte ähnelten sich und ich dachte, scheiße, das hast du doch vorhin schon gerade gesagt. Torsten wurde völlig unruhig, weil er dachte, er hat den Hänger. Pause, Pause, Pause. Diese Flößin in der ersten Reihe sagte den Text und sagte dann Torsten, ja, Uschi, da waren wir schon. Und ja, dann dachte ich, scheiße, jetzt musst du ja doch mal irgendwie weiter. Also weil sich das so ähnete, ich war ja die Verursacherin. Na und in einer anderen Inszenierung ist man einem, in Richarden III., wir standen da alle auf der Bühne, und einem älteren Schauspieler bei einer wichtigen Szene lockerte sich sein Gebiss. Und in der Flugphase hat das noch aufgefangen. Es war saukomisch und es standen alle auf der Bühne. Und die, die konnten, drehten sich um, beziehungsweise verließen die Szene. Und ich musste leider ja bleiben, weil ich dann einen Text hatte. Also, du sagst dann nur bebende Körper. Ja, das war... Haben Sie Leute mitbekommen? Das weiß ich nicht. Ich bin froh, dass ich dann selber noch einen Text sagen konnte, weil ich eigentlich selber mal so vor Lachen zusammenbreche. Also, das geht nicht. Ich hatte mal, da war ich noch Anfängerin, mal einen Schnupfen. War auch so eine wichtige Szene. Und dadurch, dass ich so da-da-sa-da-sa-sa sprach, habe ich manche Wörter nicht mehr über den Lippen bekommen. Und da brachst du eigentlich auch zusammen, ne? Naja.